Die Meditation Hört euch bewusst vor auf die Meditation. Kommt ganz bewusst zu einer Sitzhaltung, in der ihr vollkommen still und bewegungslos für die nächsten 20 Minuten meditieren könnt. Nehmt euch ein Fest vor, für die nächsten 20 Minuten vollkommen bewegungslos zu bleiben. Die nächsten 20 Minuten ganz der Meditation zu betreten. Wenn der Körper still geworden ist, beginnt die Atmung zu beobachten. Lass die Atmung einfach nur geschehen und schau zu, wie sie von sich aus geschieht. Ihr müsst nichts tun zum Atmen. Ihr müsst es einfach nur zulassen und ihr könnt schauen, wie es atmet. So könnt ihr euch lösen von der Vorstellung, etwas tun zu müssen, etwas erreichen oder bewirken zu müssen. Lasst einfach jeden Moment für sich geschehen und lasst den Moment vollkommen werden. Indem ihr das, was in diesem Moment geschieht, nicht begrenzt durch Wünsche, durch Wollen. Schaut einfach zu, wie es atmet. Bittet vollkommen passiv. Du werdet ganz achtsam. Lasst alles geschehen, was in diesem Moment geschehen will, in der Atmung, im Herzschlag. Es mögen Gedanken auftauchen, Gefühle. Aber ihr selbst bleibt vollkommen still, in tiefem inneren Frieden, in tiefer innerer Harmonie. Genauso wie die Atmung von sich aus geschieht oder das Herz schlagen wird. So werden auch Gedanken kommen und gehen. Ihr müsst nicht denken, damit der Geist sich mit Gedanken beschäftigt. Lass den Geist einfach spielen. Für ein Kind, das im Sandkasten sich mit sich selbst beschäftigt. Und dem Kind dabei zuschaut, wie es spielt. So mag der Geist sich mit seinen Gedanken beschäftigen. Ihr könnt einfach dem Geist zuschauen. Wie mit der Gedanken spielt, wie mit einem Ball. Ein Gedanke geht hier hin, er geht dorthin. Es mögen Gefühle kommen. Und auch die Gefühle könnt ihr beobachtend einfach geschehen lassen. Ihr könnt euch vorstellen, innerlich einen Schritt zurückzugehen. So dass ihr einen Abstand zu dem Denken und Fühlen, zu dem Spüren im Körper bekommt. Und es euch einfach nur anschaut. Löst so das Bewusstsein vom Denken, vom Fühlen, von körperlichen Aktivitäten. Und dann löst das Bewusstsein so von jeder Wahrnehmung, von jedem Geräusch, das ihr wahrnehmt. Indem ihr alles, was in diesem Moment geschieht, in euch, um euch herum, einfach nur geschehen lasst und beobachtet. In dem Bewusstsein, solange ich all diese Eindrücke und Erfahrungen in diesem Moment mir anschauen kann, bin ich von diesen Eindrücken und Erfahrungen gelöst. Ich bin unabhängig von all dem, was ich in diesem Moment wahrnehme. Ich ruhe ganz in mir. Lass mit diesem Bewusstsein einfach alles nur geschehen, was in diesem Moment geschieht. Genießt die Freiheit, die entsteht, wenn das Bewusstsein vollkommen gelöst ist von allen begrenzenden Gedanken, Gefühlen, Vorstellungen und Wahrnehmungen. Genießt den Frieden, der aus dieser Ruhe und dieser Freiheit von alleine entsteht, in Stille. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.